wo sowas wo sowas wo sowas ok gut viel zu früh sagt bums peng knall wusch schnader peng schnader peng hier hoch hier hoch hier oben will ich hin und dann will ich darunter und dann und ich flüchte weiter weiter flüchten flüchten will ich kugel drüber springen treffen drüber springen zu hoch drüber springen nochmals zu hoch was ist denn das treffer boah leck mich doch man zu früh man es gibt es gibt es gibt so das waren einige treffer die er einstecken musste aber nicht genug deswegen feuer wieder auf ihn oh mein gott und dann mann ich hasse dich ich habe keine ahnung wie du funktionieren sollst du bastarde vorgeben wenn ich auf den sack bums und ich springe über dich leg dich mit wem in deiner größe an mann 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 okay ich warte hier und du bist tot du flüchtest wenn du hast angst vor uns dann wird bekehlt wir sind so gigantisch groß und gefährlich wir sind der neue supermann superman oh mein gott okay 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 die erste kugel verhauen das macht aber gar nichts und dann kommt schon die zweite und ich habe mir eine nase gekratzt und ich hatte zeit dazu wie geht auch mein gott nochmal oh gott oh gott oh gott nein ja du wirst feuer das ist sehr schön weil ich dann beiden kugeln nicht gleichzeitig ausweichen kann okay da stehen vor allem feuer aus allen rohren geht feuer aus allen rohren und springen aber dieses arsch noch drüber das rennen 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 geht rennen wo das war war haarscharf genau wie das oder das oder das kommt jetzt runter alter kam heute so ich habe keinen bock mehr mann ich weiß nicht mal wie die nächste runde da wo ich eigentlich hänge als kriecher nicht mal mehr diese runde hier mit den kugeln hin ok reichte das nein das reichte nicht das reichte oder ja das reichte gut hoch da hoch da wall jump für den arsch fall jump oh mein gott rennen bombs 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 du kommst runter gut jetzt machen wieso habe ich da mein game patty geworfen das kann doch auch nix dafür dass dieser bock so ein kleiner wichser ist ich habe keinen bock auf dieses Scheißding. Ja, jetzt feuchst du deine Kugel und dann feuchte da einen in den Fuß, Alter. Boah, ich will da so ins Gesicht schießen, aber ich... Was? Ich kann ihm da Schaden machen. Cool, das wusste ich noch gar nicht. Gut, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Macht das die Runde dadurch kürzer? Oh mein Gott, ja, das zählt dazu. Das sollte ich mir echt merken. Gut. Gut. Auch gut. Denn der ist auch noch gut. Nein, der ist nicht gut. Der ist natürlich nicht gut. Ah, der war gut. Oh, der war geil. Jetzt, jetzt, Joa, okay. Ähm, jetzt brauche ich noch immer eine Taktik hierfür. Du tauchst auf. Okay. Wahrscheinlich kriege ich diesmal nicht mal das eine Auge. Ich wusste es. Wie, das reichte nicht. Kit, du bist so ein Stück sch... Heiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Und wieder da hoch. Du willst wieder da hoch, Kit. Ähm, Kit. So, was muss ich jetzt machen? Ich muss ganz ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Okay, die kann ich auf jeden Fall zerstören. Das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, Feuer? Was ist los? Oh mein Gott. Ähm, wie geht das? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe auch nirgendwo was, wo ich draufstehen könnte, da hinten, oder? Ähm. Ähm. Und sobald ich unten bin, feuerde seine Zähne auf mich. Da bin ich doch. Oh Gott, wie geht das? Mann. Was erwarten die da von mir? Okay, Runde 1 erledigt. Und kacke, ich kann nicht auf ihn feuern. Buh, das war knapp. Ein Flüchtekit. Jawohl, Flüchter. Jawohl, Flüchter. Jawohl. Jawohl. Gut, das war Schwachsinn. Das auch. Das war kacke. Das war sehr blöd. Das war auch sehr blöd. Wieso kann ich es auf einmal nicht mehr? Mann. So. Gut, das war scheiße. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Ich bin... Ach. I wanna be the guy, but I don't wanna die. Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm. 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 Oh mein Gott. Was mache ich denn da? Ich hasse dich. Ich bin so ein Idiot, weil ich dieses... Weil ich echt geglaubt habe, ich kann dieses Spiel schaffen. Okay. Das war übermütig. Das war scheiße. Oh mein Gott. Sechs Treffer. Sieben, acht. Ähm. Ich bin überfordert. Oh wow. 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 Oh mein Gott. Ich bin gerade so angepisst. So. Es mag ein wenig mutig gewesen sein. Bäh. Kacke. So. 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 Und dann springe ich. Dann bist du tot, Alter. Eine Kugel ins Gesicht. Deine verdammte Fresse, Alter. Da. Friss das. Ach, leck mich doch, du Huren. Mann, Alter. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick. Oh. Mann. Da. Kugel ins Gesicht. Oh yeah. Ich renne dir sogar noch entgegen. So mutig bin ich gerade. Bams. Foozer. Das war blöd. Das war alles. Boah. Meine arme Tastatur. Schon die dritte oder so? Ne, die zweite. Ich glaube, hier nach brauche ich eine dritte. Zack, zack. Zack, zack. Bums. The guy. Seht euch diesen kleinen Bastard mal an, ey. So, und jetzt schießt er seine riesen Kugel. Eine Runde noch. Sag ich doch. So, da ist er. Zu hoch. Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich der ausweichen muss. Und der auch. Und die geht auch. Die geht wieder zu hoch. Wo kann ich denn stehen? Hier kann ich stehen. Oh mein Gott. Wie viele Kugeln denn noch? Hilfe. Treffer. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe dich getroffen. Okay, die Kugel muss weg. Vorher mache ich hier gar nichts. Danke. Okay. Okay, 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 okay. Also, wie funktionierst du? Ich muss deine Augen zerstören. Okay. So weit habe ich dich raus. Okay, ich muss deine Augen zerstören. Dann muss ich hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier rennen und 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 du feuert. Dann will ich hier runter. Ich will einen großen Vorsprung und ich will rennen. Ich will weiter rennen. Brennen und rennen und hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch. Du kriegst mich nicht. Aber was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich sage ich mal. Bis zum nächsten Mal.